Dieses Haus liegt in sehr guter Zollner Wohnlage und Fassade, Dach, Fenster und Dachrinnen sind im Jahr 2004 erneuert worden. Das Haus hat einen Dachboden, bei dem bereits die ersten Ausbauschritte erledigt wurden, der Fertigausbau muss allerdings noch gemacht werden. Es würden dadurch rund 90 Quadratmeter Wohnfläche dazukommen. Ebenso wurde im Erdgeschoss mit der Erneuerung begonnen, diese muss ebenfalls noch fertiggestellt werden. Das Haus ist unterkellert und wird mittels Gaszentralheizung beheizt, hat eine Garage mit seiner großen Werkstatt und einen schönen sonnigen Garten. Kanal, Wasserleitung, Strom und Gasanschluss sind vorhanden. Für die Beregnung des Gartens sorgt ein Hausbrunnen. Die Vermarktung des Hauses wird über ein Bieterverfahren durchgeführt. Der angegebene Preis ist somit ein Richtpreis, der sich sowohl nach oben als auch nach unten verändern kann. Immer vorbehaltlich Zustimmung des Abgebers. Allgemeine Besichtigungstermine finden an folgenden Tagen statt. Am Samstag, den 14. Mai 2016 von 13.30 bis 15 Uhr. Am Samstag, den 21. Mai 2016 von 15.30 bis 17 Uhr. Und am Freitag, den 27. Mai 2016 von 16 bis 18 Uhr. Ein Zutritt ist nur nach vorheriger Anmeldung unter 0676 41 41 063 möglich. Sie können gerne auch ein Exposé anfordern und zwar unter buchinger-at-on-project.at. Schriftliche Kaufanbote können bis 31.05.2016 abgegeben werden. Dies jedoch nur in den vorgedruckten Anbotsformularen. Diese sind im Exposé enthalten. Ein Energieausweis ist für die Immobilie bereits beauftragt. Die Kennzahlen werden sofort nach Einlangen veröffentlicht. Und wenn auch Sie eine Immobilie kennen, die optimal verwertet und filmisch in Szene gesetzt werden soll, dann wenden Sie sich am besten direkt an OnProject. Wir kümmern uns gerne und professionell um all Ihre Anliegen rund um Immobilien. Wir kümmern uns gerne und professionell um alle Anliegen.